joo was gesagt meine leute freunde gta zocker was auch immer willkommen zurück zu gta 5 online ja heute bin ich mal alleine und ja ich werde jetzt mal zur flugschule fliegen fahren und wird dann einfach mal eine runde fliegen sie fliegen und ja erstmal entschuldigung für meine ätzende stimme gerade ich bin leicht erkältet und er kann leider nichts an meiner stimme grad ändern aber wen juckt auf geht's zum fliegen lassen machen wir die ausbildung zum piloten ich habe da schon mal irgendwie angefangen gehabt ich weiß echt nicht mehr was ich da gemacht habe außen looping machen wir schauen wir erstmal was wir machen geht noch mal außen looping ich glaube ich muss den stick nach vorne drücken glaube ich alles sehen wir ja gleich entweder verkack ich jetzt oder ich mache es richtig ja so geht außen looping halt so perfekt dann machen wir doch gleich mal den nächsten außen looping da haben wir jetzt hart verkackt da muss ich jetzt in außen looping machen war aber nicht so das ist uncool damals hart verkackt jetzt müssen wir lupen machen unter die brücke durch perfekt jetzt haben wir wahrscheinlich nur bronze gekriegt hätten wir den fehler am anfang nicht gemacht bronze ja weil wir am anfang den blöden fehler gemacht haben uncool richtig uncool dann machen wir weiter mit triebwerksausfall ok ok aber wir müssen landen ok dann versuchen wir es mal wir können kein gas geben oder doch wollen wir erstmal unsere räder raus und gucken dass wir sicher landen komm schon komm schon komm schon komm komm da vorne ist das ziel komm wir packen es komm komm roll noch ein bisschen roll noch ein bisschen roll noch ein bisschen roll roll komm noch ein bisschen bitte bitte Na super. Prosse. Och nö. Wie schlecht. Aber wir haben das Flugzeug sicher gelandet. Das ist schon etwas. Fallschirm. Was? Fallschirm verfolgen. Nichts. Oh. In dem Himmel kannst du den Weg durch die Luft steuern während du vom Himmel fällst. Okay. Ach, wir müssen uns einen Fallschirm holen. Okay. Okay, krass. Da ist unser Fallschirm. Nein. Nein. Okay, jetzt haben wir unseren Fallschirm. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir landen? Okay. Gucken wir mal, wo wir landen müssen. Wo ist denn der Punkt? Ach, da drüben. Ach, hier auf dem Feld. Keine Ahnung was. Das ist das Baseballfeld. Gold. Gucken wir mal, dass wir es hinkriegen. Auf jeden Fall haben wir unseren Fallschirm schon mal gekriegt. Gold. Das ist ja schon mal Gold wert. Komm schon. Genau in die Mitte gelandet. Also das muss Gold. Das muss Gold sein. Auf jeden Fall. Gold. Perfekt. Oh, fast 10.000. Geil. Ja, dann können wir ja noch nebenher ein bisschen Kohle machen. Landung in der Stadt. Alles klar, dann machen wir das mal. Dann landen wir in der Stadt. Ups. Mit einem Titan. Ernsthaft. Scheiße. Ne, da steht Lande auf dem Flugplatz bei schlechtem Wetter. Alles klar. Dann machen wir das. Oh, wie geil das aussieht mit dem Gewitter. Geil. Oh, das war geil. Geil. Oh, das feiere ich jetzt aber hart. Das Gewitter. Ja, super. Triebwerke am Arsch. Okay, geil. So was feiere ich ja voll hart. Komm. Wir sind wieder in stabile Lage. Wow. Bleib stehen. Bronze. Obwohl wir so nah dran waren am Ziel. Ach komm. Das ist doch nicht dein Ernst. Egal. Ich will ja jetzt nicht überall Gold machen, ich will ja nur die Flugschule bestehen. Landung auf fahrenden Zielen. Landung auf fahrenden Zielen. Ah, das hört sich auch geil an. Das hört sich geil an. Okay, bevor der LKW in den Tunnel reinfährt, alles klar. Guck mal, dass wir gleich mal ein bisschen runter gehen. Wo ist denn der LKW? Okay. Komm schon. Komm schon. Das ist aber verdammt schwer. Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist richtig schwer. Nochmal. Das ist krass. Das ist verdammt krass. Komm schon. Komm schon. Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, wie konzentriert ich bin. Komm schon, jetzt lande doch. Das darf nicht wahr sein. Nochmal. Die Räder kannst du gleich draußen lassen. Du brauchst nicht einfahren. Wir müssen das jetzt packen. So, komm schon. Komm schon. Jetzt. Perfekt. Jetzt haben wir's. Und was gibt es? große. Krass. 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 Weiter geht's. Formationsflug. Okay. Dann gibt's jetzt den Formationsflug. Okay. Dürfen wir hin. Krass. 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 schon und ein ohne ein nein die Kontrolle verloren auch schon nichts mit Formationsflug auch so da unten ist der Punkt wir müssen zurückfliegen große drittklassige Leistung alles klar das war auch verdammt schwer das war richtig schwer was kommt jetzt schießparcours alles klar dann kriegst du deinen schießparcours so komm lade schneller mein Freund okay okay die 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 zum Kontroll die 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 bleib still n Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Komm schon. Geh hoch. Geh hoch. Hey, wo Schütze kommt, erst da oben. Und dann da oben. Komm schon. Ach nö. jetzt kommt die wahre herausforderung und dann bleib oben oh 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 komm schon komm schon geh hoch okay das ist wirklich eine Herausforderung Silber Silber gut Silber das war jetzt echt krass also wow Hut ab vor dieser Übung weiter gehts auf des es das dem 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 Untertitelung des ZDF, 2020